Hallo, mein Name ist Sabrina Preuss. Ich komme aus Übersachsen und darf jetzt seit vier Jahren schon das wunderschöne Gasthaus, das Gasthof Löwe in Tisis, zusammen mit meinem Freund Patrick Fessler führen. Unsere Spezialität sind Rösti, die haben wir jetzt schon seit wir da sind, nicht mehr auf der Karte. Wir haben nebenbei noch einige Gerichte gut bürgerlich, immer gemischt, abgewechselt, große Vielfalt an verschiedenen Sommergerichten und einfach, dass für jeden irgendetwas dabei ist. Wir haben einen toller, grossen Saal und einen wunderschönen Garten dabei. Wir bieten für verschiedene Feierer, wie zum Beispiel Hochzitter, Geburtstag, Taufe immer das richtige Ambiente. Musik Das wirklich für alles sorgt, rund um wohl. Und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da mal besuchen kommt. Wir haben noch mehrere Betriebe, das wären zum Beispiel die Krone in Übersachsen, das Hängover in Altach oder das Limo in St. Gallerkirch. Und wir würden uns natürlich auch da über jeden Besuch von euch freuen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.